Hellout Rüstung Hellout Rüstung, Gungnir, Hamdrax, Hellout Repeater, Rainbow Rod, Magical Harp Das volle Programm mein Lieber Und da geht's dann wieder noch mehr um Farmen Ja, also es geht schon wieder ums Farmen, aber das heißt hier noch mehr Ja, das ist jetzt die ganze Zeit noch mal Farmen So mehr als jetzt Farmen geht halt nicht, weil man farmt halt nur noch Alter, ich bin der King Du reiht hier voll strategisch vor Naja, ich kenn das alles ja schon Ach, deswegen musstest du eben lachen Weshalb? Als du eben gelacht hast Ja Musstest du lachen, weil du schon alles hattest So mit den Flügeln was meinst du? Nee, 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 nicht gerade, sondern Ich weiß gar nicht wann ich gelacht hab Vor der Aufnahme Ich kann mich ehrlich gesagt an nichts erinnern Okay Du hast einfach gesagt, ja ich musste gerade lachen Achso, nee, da hab ich irgendeinen schlechten Witz gerissen Aber den hast du gar nicht verstanden Nee, nee Geil Und hier besiegen wir dann das Auge, die Twins Kämpfen wir hier drauf Weil die ja fliegen können, ist das natürlich geil Alter, die Twins Na ein Auge von denen Der Dominik wusste schon alles, ne? Hä? Der wusste schon, dass du mich mega hart trollen wirst, ne? Wann? Äh, äh, als du mit ihm gezockt hast Ja, das wusste ich schon Da hab ich mich schon richtig drauf gefreut Nee, der Dominik meine ich Der wusste das schon Achso, jaja Ah Wann hast du denn das letzte Mal mit ihm gezockt? Weiß ich nicht Keine Ahnung Ja, ich war letztes Alter, diese fucking Feuerwelle Nein, bitte nicht Wie viel Adamantit hast du? Ich glaube, elf jetzt Aber ich farm gerade Mithril Weil ich mein Mithril Schwert machen kann Und dann Du willst den mit Hast du schon ein Kobalt Schwert? Ja Und auch schon ein Adamantite Schwert Was? Ein Adamantite Schwert? We got a bad ass over there Okay Soweit alles geklärt Der Destroyer kann kommen Von mir aus Aber es ist jetzt Tag, deshalb Es wäre töricht Das jetzt zu tun Töricht? Kennst das Wort nicht? Doch, aber What? Wieso jetzt hier gerade? Ja, töricht ist ja dumm Sicher? Das ist genau dieselbe Bedeutung Wie die dumm hat Ziemlich, ja Okay Au! Oh fuck Fuck Nein Bitte Nein Zwei Sekunden Zwei Sekunden Zwei Sekunden Zwei Sekunden Rennt raus Musst nur noch rennen Kann einmal kurz springen Ansonsten brauchst du nichts machen Du rennst einfach nur weiter Sprinten Und hier bekämpfen wir den Destroyer Und du wirst ihn wahrscheinlich schon von da hinten angreifen können Ich hoffe das reicht an Distanz Dass die Nurse da hinten nicht getötet wird Das wäre scheiße In den Kampf nimmst du ziemlich viel Geld mit am besten Also Damit du dich immer heilen kannst Ich würde sagen 10-20 Gold Müssten drin sein Damit du dich halt immer heilen kannst Du nimmst keine Beweglichkeitssachen mit Also nur die Fleeting Spectral Boots Ansonsten Was noch? Also Wenn nach Möglichkeit eine Fearic Law Auf jeden Fall ein Cross Necklace Und am besten noch eine Philosopher's Stone Also ich benutze was Und was ist mit den Sternen? Die Sterne sind auch geil Ja genau Die Sterne nehm ich Und tu dafür Und ich habe Increased Magical Damage Dann nehm ich Ich weiß nicht ob ich meine Flügel rausnehmen soll Ja Kann ich schon machen Und was nimmst du anstatt den Flügeln? Ja dann dieses Starfury Starclaw Achso ja Ja mhm Und äh Den Crystal Ball Den stelle ich dann da hinten hin ne? Ja mach das Und äh Warte stell den hier auf den Weg Also ich kämpf sowieso nicht mit Mit Mana stell den hier hin hinter diesen Cake Passt nicht? Doch So und äh So und äh ja Sonst Äh ich habe jetzt keine Feral Claws aber Ja Womit soll ich angreifen? Hast du Tränke? Ja Okay Womit soll ich angreifen? Äh das weiß ich nicht Weißt du nicht? Ja Ja Einfach so weil ich es kann Dann habe ich mir jetzt noch ganz viele Bullets Äh hier 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 Danke Aber ich mache mir ähm Crystal Bullets Nehm Warte mal Achso ja okay dann Ja dann Ja dann Ja dann Ja dann gib das Zeug wieder her du Aber wenn ich dann da sterbe Soll ich nicht einfach ne Kiste Neben die Dingen stellen und dann Da ganz viel Gold rein tun? Mh Das kannst du machen War es bei euch schwer den Destroyer zu killen? Ja Für euch trotz diesen ganzen Buffs von ihm und Ja ich bin ständig gestorben Macht der so nen derben Schaden? Ähm Aber da hatten wir noch nicht diese ganzen Technik und so Ähm Und wir hatten keine neues Ach wie heißt es ähm Meteor Meteor Shot Die Mini Shark Für 10 Minuten Magic powers are increased Ja Was heißt das? Ja weiß ich nicht Achso Achso ja man bekommt mehr Mana Ein Mana Also 20 Mana bekommt man mehr Ja und wahrscheinlich auch noch Mana Schaden und so nen Krampf ne? Ne ne Doch lol 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 Meine Flower macht 62 Schaden Siehste man Krass und die kostet nur 11 Nur 11 Lol Alter ich nehm nur noch die Die Flower? Ja Ist doch geil So Shotgun Ok wird von der Wall of Flash gedroppt Ich nehm mal mein ganzes Gold mit Geil Was kann der Destroyer denn noch so droppen Ok Musket Balls und Meteor Reaper Hast du Meteorite? Or? Ja Kann ich das bitte haben? Du kannst doch mal ein Faceplate haben Für den Kampf wenn du das brauchst Achso ja Danke Oh Alter Krass Den da auf Po werde ich wahrscheinlich nicht brauchen ne? Ok Dann habe ich jetzt das, 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 das Jetzt noch alles so voll ruhig Na ich habe ja keine Musket Balls Behinderter Arms Dealer Kannst du dich mal Ja genau Ja jetzt geht er lang Genau Was ist der Scheiße? Kacke Das ist mega lang Langsam Ich gehe einfach auf Dann gehe ich einfach auf Magical Damage Ok Weil ich habe jetzt meinen Crossneck Cool Hast du noch irgendwie so ein geiles Upgrade Oder was Was richtig geil Ich kann dir noch eine Iron Skin Potion geben Dann hast du noch Ein paar äh Ist die weg wenn man stirbt? Ähm Hm Ich würde auf jeden Fall die spawnen, ne? Hast du noch irgendwie was, was man ausrüsten kann? Weil ich brauche ja im Moment die Flügel brauche ich ja nicht So Ok So weit, so gut Na ich hab leider nichts Ich kann, ich ähm Hab noch Thorns Potion, dass die äh Angreifer auch Schaden bekommen Ähm Ich hab nämlich letztens halt kaum mäßig gebraut So So Ah hast du auch Gravitation Potions gemacht? Ja Ah geil Hast du Hier sind, hier sind auch Iron Skin Hast du schon ins Auge gemacht? Äh den, das Wurmviech zum Beschweren? Mach das mal Wo denn er rufst Das brauche ich dafür Ok Ich brauche Soul of Night Äh Rotten Chunk Habe ich Mini Shark Wo sind die das meine Rotten Chunk? Macht so wenig Schaden Ah da Rotten Chunk Soul of Night hab ich auch Copper Bar Wollen wir irgendwo noch Copper rumfliegen? Ist die stark 23 Insanely fast Ja man Ah ne Brauche ich nicht Brauche ich nicht Ich benutze die Assault Rifle Oh scheiße Jetzt hab ich grad schon Schüsse verschossen Ähm Achso du nimmst deine Flügel auch? Die desequipe ich gleich Ich hab die nur noch an Ja kacke Hast du noch Soul of Night Ich hab nur noch 3 Ich brauch noch 4 für den Für das Warm Food Ja ich kann gleich auch Ich muss jetzt ganz kurz nochmal Meteorite abfahren Weil das ist mir echt ein bisschen zu wenig Muss ich sagen Mit 74 Kugeln Und das sind die empfohlenen Crystal Bullets sind zwar auch nice gegen den Welcher festgestellt Aber 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 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 6 6 5 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 9 10 10 10 11 11 11 potions aber das macht 13 das macht 13 schaden das für dich ist das nix also es ist immer noch weniger als der destroyer drückt aber ich habe noch eine iron skin potion waterwalk das weiß ich nicht brauchen wir nicht also gravitation so noch brauchen wir das vier schein portion zwei gravitation potions waterwalking brauchen wir nicht jetzt wird es ernst jungs jetzt ist es kein spiel mehr jetzt ist es realität probleme lösen sich nicht in luft auf realität soja nicht gegen den oder also noch mal ein feuer teile geben das macht wesentlich mehr schaden so hier zwei schein portions dafür eine gravitation damit du leuchtest und nichts nicht nicht siehst so wir hoffen das geht glatt zur not fliegt so hoch und schießt von oben mit deiner scheiße runter dass du kannst das ja auch machen ok ok so ausprobieren works pretty good äh seh dann zieh dich mehr da dran alter das ist geil we gotta fuck his ass off ok ready steady go ich trinke jetzt meine iron skin potion nein warte 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 nein es muss doch nacht sein egal fünf minuten äh da habe ich mal ein bisschen nachgehalten ok lol what the fuck ok und actually runter wo das sie und Wir sind schon bei 70.000 Au! Geht! Den machen wir. Das ist ja auch der einfachste. Ernsthaft? Schau mal, was ich ihm für einen Schaden mache. Wow, bitches. Watch out. Ja, das ist der einfachste. Ah, das machen wir easy, bitch. Ja, ja. Ganz, ganz simpel, du. Machst du eben auch guten Schaden, oder? Das weiß ich nicht. Das steht dann damit eigentlich, ne? Oh ja, oh ja, oh ja, ja. Ich mache ihm zwar nicht so viel wie du, aber ich nehme jetzt einfach mein anderes. Das macht einfach mehr Schaden. Wir haben die Hälfte schon geschafft, Alter. Oh, und ich bin am Verrecken, Alter. Habe ich gar nicht gesehen. Alter, wieso bleibt der stehen? Weil der, je nachdem wie der sich wendet. Oh, jetzt hier. Oh, fuck. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Was ist, wenn du stirbst? Ich spawne doch. So, ich komme sofort. Ich bin jetzt da. Hast du dich geheilt? Ja. Gut. Mana Buff. Oh, fuck. Er ist in die falsche Richtung. Ich hoffe... Oh, okay. Wie langsam er wird. Mal richtig draufrotzen, ey. Ich bin auf meinem Weg. Oh, nein. Alter, du bist aber noch da, ne? Ja, ja. Das... Oh, Alter. Boah, ich habe gedacht, ich hätte es voll verkackt. Puh. Alter, da bin ich mega tot. Vor allen Dingen, wenn der nur mich anvisiert. 15.000, Alter. Wie er über dir zusammenbricht. Der Hero macht den auch noch so los. Alter, das schaffst du. Lol, du hast 150 Heal Potion. Ja, ja, habe ich mir gecrashet. Joach. Hast du ihn jetzt? Ja. Und wo war sein Kopf? Ich glaube, hier irgendwo. Wir müssen jetzt erstmal suchen, ne? Ah, hier, hier. Ich habe alles. Ja? Okay. Wie viele Seren haben wir gedroppt? 30. Yes! Voll droppt, Alter. Ja. So, dann schauen wir es mal aus. Greater Healing Potions. Was? Ja, genau, die habe ich auch benutzt. Okay. 20. Okay. Ja. Und Kohle. Stimmt. Aus Light Discs sind auch ziemlich nice. Fällt mir gerade so auf. Ja, aber ich mache mir jetzt erstmal meinen Excalibur, ne? Ja. Oh, fuck. Wollte Richtung. Ähm. Ja. Excalibur. Hat ja ziemlich gut geklappt, ne? Ja. Können wir gleich nochmal. Ja. So, äh, ich brauche nur noch mein Mithril-Schwert und, Alter, dann habe ich gleich schon das Excalibur. Das ging jetzt schnell. Ich bin gerade am überlegen, was ich mache. Ich glaube, ich spare mir dann 5 auf. Hoffentlich droppt er dann 25 bei mir. Das wäre nice. Bäm. Boah, C-Less Excalibur plus 5 Critical Strike Jaunts. Und es kommt wohl angeblich New Content. Hoffentlich auf 25. Ah, auf jeden Fall. Das wäre voll geil. Also, hoffentlich auf jeden Fall meinen. Ja. Also, ich meine, auf jeden Fall hoffen wir das. So. Ja, wir sind viermal gestorben, ne? Ja. Das ging ja eigentlich. Ja, hast du noch Soul of Nights? Ja, 25. Wie viel brauchen wir? 7. Hey, jetzt sind wir gierig geworden. So, okay. Ja, dann mache ich jetzt. Wir sind hier noch. Hier ist noch ein Kappa. Ach, ich hatte ja auch noch die Thorns Potion. Damit hätte ich ihm noch mehr Schaden gedrückt. Ja. Ich kann jetzt erstmal die ganze Zeit mit meinem Excalibur drauf frotzen. Ah, hier ist es noch Kappa. 1, 2, 3, 4, 5. So. Äh. Nur noch Eisen und... Das war's, glaube ich. Ich weiß nicht, brauchen wir die Light Discs für irgendwas? Die sind nice, ne? Ja, die sind schon ganz nett, aber... Ah. So. Ja, genau.